Software Contest 2015 Software Contest. Das bedeutet Live-Vergleich verschiedener ERP-Systeme. Dieses Jahr zum aktuellen Thema Business Software als Erfolgsfaktor im Unternehmen. Zahlreiche Besucher aus unterschiedlichen Branchen nutzten die Gelegenheit, sich einen kompakten Überblick über die Möglichkeiten moderner ERP-Software als Führungsinstrument zu verschaffen. Beim diesjährigen Contest standen sich mit Abacus, ASECO, MyFactory Schweiz und StepAhead vier erfahrene Softwareanbieter gegenüber. Ihre Mission? Praxisbezogene Anwendungsbeispiele meistern, Daten aufbereiten und mit ihren ERP-eigenen Tools Reports und Auswertungen erstellen. Kurz zeigen, wie Business Software zum Unternehmenserfolg beitragen kann. Als Moderator sorgte Dr. Marcel Siegenthaler für eine ausgewogene, hochstehende Veranstaltung. Auf anschauliche und nicht alltägliche Weise ging Dr. Andreas Spieß in seinem Keynote-Referat auf die Funktionsweise von Führungskennzahlen im Unternehmen ein. Beim Software Contest hat es auch Platz für spontane Fragen aus dem Publikum. Interaktion und Wissenstransfer prägen die gesamte Veranstaltung und werden von allen Teilnehmenden geschätzt. Die Pausen, der Stehlunch und der Apero boten eine ungezwungene Plattform für Erfahrungsaustausch und Networking. Im Rahmen einer kostenlosen ERP-Kurzberatung und bei vertiefenden Gesprächen mit den Anbietern konnten die Besucher individuelle Fragen klären. Der Contest 2015. Nicht nur Wissens- und Horizonterweiterung, sondern dank wertvoller Impulse auch eine erfrischende Inspirationsquelle für den erfolgreichen Einsatz von Business Software. Software Contest. Business Software live im Vergleich.